In dieser Serie werde ich euch alle Helden und Schurken vorstellen, die das Marvel-Universum zu bieten hat. Ich werde euch ihre Geschichten erzählen, ihre Fähigkeiten und Kräfte vorstellen und euch tief in das Marvel-Universum eintauchen lassen. Von Iron Man und Captain America bis hin zu Thanos und Galactus, ich werde keine Figur auslassen. Also macht euch bereit für eine Reise durch das Marvel-Universum. Heute mit Miles Morales Miles Morales ist ein ziemlich cooler Typ, der in den Marvel Comics und Filmen als Spider-Man die Straßen unsicher macht. Aber woher kommt dieser Held mit den übermenschlichen Kräften und der flinken Spinnensensibilität? Ursprünglich tauchte Miles im Jahr 2011 in den Ultimate Comics Spider-Man Heften auf. Die Schöpfer dachten sich, hey wir sollten einen neuen Spider-Man schaffen, aber diesmal sollten wir ihn ein bisschen diverser machen. Und so wurde Miles geboren, ein Teenager mit hispanischen und afroamerikanischen Wurzeln, der in Brooklyn, New York sein Zuhause hat. In einer alternativen Realität des Marvel-Universums, dem Ultimate Universe, passiert etwas sehr Tragisches. Peter Parker, der legendäre Spider-Man, beißt ins Gras. Und wer ist zur Stelle, um das Erbe des Netzschwingers anzutreten? Natürlich unser Junge Miles. Nach diesem fiesen Spinnenbiss erwachen in ihm ebenfalls beeindruckende Fähigkeiten. Denkt dran, Spinnenbisse sind normalerweise nicht zu empfehlen, aber in diesem Fall hat es sich definitiv gelohnt. Miles entdeckt, dass er die Kräfte einer Spinne geerbt hat, darunter unglaubliche Stärke, Geschwindigkeit und Ausdauer. Aber das ist noch nicht alles. Er kann auch an Wänden hochklettern, wie eine lässige Spinnenversion von Spider-Man. Miles hat auch einen Spinnensinn, der ihm hilft, Gefahren frühzeitig wahrzunehmen. Er hat ein paar besondere Fähigkeiten, die ihn von anderen Spider-Mans unterscheidet. Und zwar kann er sich unsichtbar machen und Elektroschocks verteilen. Aber Miles Morales ist nicht nur ein Superheld mit Superkräften, er hat auch eine Menge Persönlichkeit. Im Jahr 2018 hat der animierte Film Spider-Man Into The Spider-Verse ein Debüt gefeiert. Der Film dreht sich um Miles' Abenteuer, wie er zu Spider-Man wird und mit anderen Superhelden aus verschiedenen Dimensionen zusammenarbeitet. Es ist wie ein Spinnenklassentreffen, bei dem sich alle Helden gleichzeitig inspirieren und die Zuschauer mit coolen Animationen und einer mitreißenden Geschichte begeistern. Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten, seinem Charme und seinem unverkennbaren Stil hat er sich einen festen Platz in den Herzen der Marvel-Fans erobert. Ob Comics oder Filme, Miles Morales ist definitiv ein Name, den man kennen sollte. In der nächsten Episode, wer ist Nick Fury?